Jetzt wollen wir einmal schauen, die Tankstelle. Die Genossenschaft ist heute gelossen. Wenn ich unterarbeiten, bin ich da in der Meile. Ich werde einfach aus meiner Meile von der Tankstelle. Und meine Tankkur sagt mir, ich kann heute 86 Liter tanken. Jetzt schaue ich hier noch ein paar Liter rein. Vielleicht gibt es dann hier noch 186 Liter. Ja, ja. Ich denke schon ab 186 Liter. Also 188 Liter. 296 Franken. Literpreis ist 1,57 minus 4 Rappen. 1,53 zahle ich mit einem Gutschein. 4 Rappen. So, mit dem 4 Rappen Gutschein 7,55 Franken gespart. Und Verbrauch wieder auf 0 gesetzt.